Ufo-Sichtung Chicago O'Hare Flughafen 2006 Am 7. November 2006 gegen 16.15 Uhr Ortszeit beobachten etwa ein Dutzend Mitarbeiter des Flughafens, darunter Piloten und Flugzeugmechaniker, ein scheibenförmiges, sich drehendes, grau-metallisch erscheinendes Objekt, das in 200 bis 500 Metern Höhe über dem Gate C-17 des Flughafens O'Hare in Chicago schwebte. Sein Durchmesser wurde auf 7 bis 25 Metern geschätzt. Es stand unbeweglich da und schien zu versuchen, in der Nähe der Wolkendecke zu bleiben, die sich auf ca. 480 Metern Höhe befand. Die FAA-Fluglotsen warten per Funk die Piloten der hereinkommenden Flugzeuge vor dem Ufo und sagten diesen, dass sie vorsichtig sein sollen. Als es nach etwa 14 Minuten mit ihrer Geschwindigkeit absolut gerösslos nach oben wegflog und in weniger als einer Sekunde verschwunden war, hinterliess es eine kreisrunde Öffnung in der Wolkendecke. Es sah aus, als Job jemand ein Loch in den Himmel geschlagen hätte, sagte ein Mitarbeiter. Erst nach mehreren Minuten schloss sich das Loch in der Wolke wieder. Ich bin von Natur aus eher wissenschaftlich veranlagt und ich verstehe nicht, warum Aliens über einen verkehrsreichen Flughafen schweben sollten, sagte ein United Airlines Mechaniker. Aber ich weiss, was ich und eine Menge anderer Leute gesehen haben und es war definitiv kein Flugzeug. Die Fluglotsen im Tower selber haben das Objekt aber nicht gesehen, wahrscheinlich aufgrund der Bauweise des Control Towers. Das Objekt befand sich sozusagen im toten Winkel des Towers. Auch vom Radar wurde es nicht erfasst. Jedoch war das Flughafenradar auch nicht dafür ausgerichtet, ruhende und dann extrem schnelle Flugobjekte zu erkennen. Die United Airlines untersagte ihren Mitarbeitern, mit den Medien über den Vorfall zu sprechen. Eine Sprecherin der Luftwaffenbehörde sagte, das angebliche UFO sei vermutlich auf ein Wetterphänomen zurückzuführen. Wenn die Lichter in den Himmel scheinen, dann kann man manchmal lustige Dinge sehen. So sehen wir die Angelegenheit, meinte sie. Im Mai 2007 verfasste Dr. Richard Haynes, Chefwissenschaftler der NARCAP, National Aviation Reporting Center on Anamalous Phenomena, zusammen mit acht weiteren Wissenschaftlern einen 128-seitigen Report zum O'Hare UFO-Vorfall. Der Bericht kam zu folgendem Schluss. Ein kleines physisches, wohl festes Objekt schwebte über dem Flughafengebiet der United Airlines während mindestens zehn oder mehr Minuten. Aus diesem Grund stellte das Objekt eine definitive potenzielle Gefahr für den Flugverkehr der Soher-Flughafens dar. Berechnungen ergaben, welche auf eine hohe Energiedichte über dem Gate 17 hinweisen. Falls das Objekt nur sieben Meter Durchmesser hatte, müsste die berechnete Kraft, die es bräuchte, um alle Wassertropfen in einer Wolkensäule von 300 Metern Höhe zu verdampfen, rund 100 Megawatt betragen haben. Dies unter der Voraussetzung, dass die vertikale Geschwindigkeit 300 Meter pro Sekunde, das heisst über 1000 Kilometer pro Stunde, betrug. Zum Vergleich produziert eine Boeing 747 Jumbojet bei einer Fluggeschwindigkeit von 1000 Kilometer pro Stunde nur 60 Megawatt. Ob eine solch grosse Hitze die Flugsicherheit tangierte, müsse noch weiter abgeklärt werden. Eigentlich hätte das Objekt bei der vertikalen Beschleunigung vom Radar des Flughafens registriert werden müssen. Jedoch gibt es auch viele andere Zeugenberichte, bei denen auch andere UFOs nicht vom Radar erfasst werden konnten. Dieser Vorfall ist ein typischer von vielen anderen Vorfällen, bei denen es dem unbekannten Phänomen gelang, den Radarkontakt zu verhindern und so der offiziellen Erkennung zu entkommen. NARCAP hofft, dass dieser Bericht zur Sammlung faktisch bewiesener Tatsachen rund um UAPs, das heisst unbekannte atmosphärische Phänomene, beiträgt und die US-Regierung motiviert, selbst unabhängige Nachforschungen bezüglich elektromagnetischer Phänomene anzustellen. Tut sie es nicht, heisst dies, schwerwiegende Risiken zu tragen. Die UFO-Sichtung von 2006 am Chicago O'Hare Airport gilt als einer der interessantesten Fälle der modernen Geschichte. Es ist einer der bestdokumentierten UFO-Fälle mit vielen glaubwürdigen Zeugen. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020